Musik 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 Was am Heil rein? Ok Musik Was habt ihr hier zu suchen? Die jetzt ich helf dir Musik 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 Und danach würde ich mich auf die Suche nach auch was machen. Okay, ja, hier noch. Nicht mehr, okay. Und hier ist auch nichts mehr. Gut, dann kommen wir jetzt zurück. Zu dem Herrn, den wir gerade gerettet haben. Wer seid ihr und was wünscht ihr? Ja, für das Leben gerade. Ich dachte schon, die Radlinge wären mein Ende. Geschlechtsverlohnung. Leichte Kappe, kräftig, leichte Stiefel, mystisch oder Unifikationsmarker. So, gehen wir mal zum Begleiter was. Und dann gucken wir mal den Inventar kurz. Angelegt sind besser. Nicht für die besser. Äh, auf der Rüstung. Plus eins auf Rüstung gegen Körperschaden. Plus sieben Gesundheit, da sind die auch besser. Eis, Glutsteinkorn, Rüstung, Schmuckstück. Achso, ähm. Plus acht Eispanzer habe ich jetzt. Umschaltklick. Ich habe auch noch ein bisschen was. Gold, Quest, Fähigkeiten, Ausrüstung. Ich komme jetzt auf mein... Komme ich jetzt auf mein Giftpanzer-Elektro... Was habt ihr hier zu suchen? Wie komme ich jetzt auf mein Tier? Okay. Umschaltklick übertragen. Ich drücke auf Umschalt, aber es passiert nicht. Ich kann wieder eine Fähigkeit lernen. Ähm. Eure Expertise erhöht den Schaden mit allen Panker-Breffen-Bögen. Das klingt auch nicht schlecht. Fangen wir das mal. Das kann ich auch nicht übertragen. Das sind passiven Fähigkeiten. Okay. Haben wir jetzt viele passiven Fähigkeiten? Immer drei. Ja. Okay. Wie gebe ich der Katze was? Achso, Begleiter. Ich geh zu meinem Charakter. Plus Körperschaden. Sehr schön. Wie kann ich denn noch was tragen? Charakter. Ah, kann ich auch steigern. Cool. Versteht, wie viele Punkte ich habe. Antrimutspunkte 10. Ähm. Magieschaden, Treffer ausweichen, Waffenschaden, Rüstung. Ich geb ihm mal da ein bisschen was dazu. Da ein bisschen was dazu. Und da ein bisschen was dazu. Das ist von der Übersicht, okay? Was habt ihr hier zu suchen? Oh, wow. Ich bin schon noch mehr, Mana. Ich bin hier aufgefahren. Stirb, 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 stirb. Hälter. Stirb. Es ist auf jeden Fall ein sehr aggressives Spiel. Also, es kann ihm nie gut heißen, ne? Das geht nicht. Hier ist sonst nichts. Boah. So, Heilklang drinne. Hier ist auch noch was. Leck zu bringen, alles. Okay. Wer seid hier und was wünscht ihr? Gerade angekommen? Was habt ihr hier zu suchen? Okay, zur Enklave. Wenn ihr beim Angreifen es zurück und zurück teilt. Das wollte ich gerade lesen. Wohl neu hier, was? Sie verkauft Tränke? Okay, kaufe ich mir aber auch noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie selten die sind und so. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Isterianer verwundet und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem es guten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Okay, Kratzbenotung wählen, Minipistole, 40 Schaden pro Sekunde, Aschenbogen 50 Schaden pro Sekunde, Bauernwauks, Faustbüchse. Äh, ich nehm den. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquell-Tempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquell-Tempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Mach ich. Ihr habt eine Quest bekommen. So, was noch mal hier? Kann ich dir vielleicht mal eine ganze Schrott hier geben? Umschalt-Klick. 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 Ich drück doch auf Umschalt die ganze Zeit. Wie kann ich helfen? Ach, Umschalt-Klick. Ach so. Habe ich an? Habe ich an? Ähm. Okay, alles verkaufen. die verkaufende waffen gift zauberstab brutal kops kanone die entwickler bogen des glitzes sehr hohes angriffstempo schaden erfordert stufe 10 oder stärke 11 geschickt okay kann ich mir leider nicht leisten erfordert stufe 4 na gut hängen wir uns rutscher zum vollen fähigkeiten will ich natürlich nicht angelloch forellenbarsch forellenbarsch okay interessant wegpunktportal seid mir willkommen wohl neu hier was falls ihr auf dem weg zur nempelstelle seid könnt ihr eure hilfe gebrauchen die sturmbeorn haben dort eine provisorische schmiede eingerichtet und zwei schmiedestellen rüstung für wilde kriegsbestien her die sie gefangen haben hier scheint arbeiten die sturmbeorn nach plänen die fest unter verschluss gehalten werden meint ihr ihr kämpft dort hinein und könnt ihr die rüstungszeichnung besorgen auch nicht ihr habt eine neue quest gut dass ihr es geschafft habt na gut zur entklave meine katze macht ganz schön damage na gut okay sehr schön hier ist nichts hier ist auch nichts hier ist auch nichts hier ist auch nicht aber wie kann ich den begleiter denn kann ich meine begleiter denn traktor ich habe gegeben auch hier auch ja ok warte da müssen wir gerade zu zwei nächster rang vier prozent bonus sind Fernkampfwaffen-Schaden Klingen Ich nehme mal den Fluch hier Und dann gehe ich nochmal auf den Inventar und rüste mit dem hier aus Und dann kann man noch den hier ausrüsten, das ist besser Genaau Ähm Ruhig kurz mal Ich kann mehrere Kreise damit auch zeichnen, okay Die verderbende Kruft getreten Irgendein goldener Schlüssel? Ach, dabei konnte ich eine Drohle jetzt öffnen Glaub ich Ähm Gehe ich mal kurz hier zurück, vielleicht gucken wie das hier noch ist Ich habe nicht genug Mana Wer das ist? Alter, was sind hier drin? Wo ist schneller? Ich brauche mehr Mana Ich brauche mehr Mana Ich brauche mehr Mana Ich habe wenig Mana Da muss ich ein bisschen mehr zusammenreißen Ich geh doch schneller zu sterben als ich dachte Ich brauche mehr Mana Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Alter Okay Aufpassen was ich aufmache Ähm Ah okay, jetzt bin ich wieder hier Uuuuut Und du schon So Hätten wir die auch verledigt? Da liegt da ein Heil dran Nämlich natürlich mit Mein Begleiter hat irgendwie Ich weiß nicht, ob der sich regeneriert wieder noch eine Weile Hier ist nichts mehr Gut, dass ihr es geschafft habt Wer seid ihr und was wünscht ihr? In die Tempel-Stage will ich noch nicht Ich werde echt gucken was hier noch alles ist Aber hier ist glaube ich nur noch der Tempel Ich brauche eure Hilfe Die Schriftrolle des Anom Irek Ihr müsst der Mensch sein, von dem die Esterianer so viel erzählen Ich bin froh, dass ich euch treffe Großregent Eltrein Hat mich hergeschickt, um die Schriftrolle von Amron Irek aus einer Schatzkammer der verderbten Kruft zu beschaffen Leider sind Sturmbären in der Kruft Und ich komme nicht an ihm vorbei Würdet ihr versuchen die Schriftrolle zu holen? Ich warte hier auf den Vatervererbten Toten auf euch Wenn er es schafft, will ich Sehen, ob ich jemanden so hält darf, dass ihr euch nicht Passende Ausrüstung findet Deutsch korrekt Na dann gehen wir noch mal da rein Dann gehen wir noch mal da rein Ich habe wenig Mana Sooo Ich brauche mehr Mana Stirb, stirb, stirb Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Sehr schön Ich weiß nur gar nicht, wo ich danklaufe Sehen alle aus